Laufen ist ne feine Sache, wenn ich's recht gemütlich mache. Vorher wird gedehnt gebogen, sonst ist leicht mal was verzogen. Dann geht's los ne halbe Stunde, hui da purzeln ja die Pfunde. Immer langsam mit Bedacht, gesundes Hüpfen Freude macht. Auch wenn's kühl ist in dem Walde, schwitzen tut man doch recht balde. Kluges Denken kommt beim Springen, sonders dann, wenn Vögel singen. Wolken rasten Naturumwege, gern ich meinen Spieltrip pflege. Ehrgeiz soll mich nicht dran hindern, Neugier lerne ich von den Kindern. Drauf am End ich muss bestehen, Beine lockern, Hüfte drehen. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020